Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Heute habe ich viel vor in dieser Folge. Eigentlich wollte ich ein neues Gehege machen, aber dafür muss ich erstmal einiges vorbereiten. Ich habe mich von einem anderen Nitz-Player-Kanal von GamesSick etwas inspirieren lassen. Der hat wunderbare Videos zu Planet Zoo gemacht im Zeitraffer, wo er echt wunderschöne Gehege baut. Und ich habe gedacht, hey, da kann man mal ein bisschen was nicht komplett nachmachen. Aber auf jeden Fall wurde ich halt etwas inspiriert, was hier noch möglich ist, was ich bisher noch gar nicht bedacht habe. Zum Beispiel allein, wenn es schon um Terraforming geht. So, ich würde gerne ein bisschen Platz machen. Kann ich diesen Baum irgendwie wegstellen? Nee, scheinbar nicht. Kann ich das ganze Gestripp hier vorne nicht nehmen? Doch das hier. Der Baum hier gerade irgendwie nicht. Wartet mal. Jetzt. Jetzt habe ich ihn. Ich muss hier ein bisschen Platz machen vorne. So, das dürfte reichen. Und zwar würde ich ganz gerne, damit das hier nicht alles so langweilig und gleich eben aussieht, einen See machen. Der soll auch dann gleich, ja, sozusagen Teil des neuen Geheges werden, denn der soll hier lang, hier rüber, hier so eine Brücke kommen. Und dann hier etwas weiter rum. So, wir gucken mal. Wir fangen mal einfach hier auf dieser Fläche an. Das Ei, das bietet sich gerade einfach an. Also, Gelände. Ich habe das hier noch nicht gemacht. Bei Planet Coaster war das immer ganz witzig. Also schauen wir einfach mal. Hier kann ich auch schöne Berge und sowas machen. Aber wir brauchen erstmal das hier. Wir wollen ja Gewässer machen. Aufrauen. Ja, wir gucken uns das Eis noch an. Ich mache erstmal ein bisschen. So, ich will nicht gleich zu viel hier wegnehmen. Und Stärke müssen wir auch mal schauen. Wir müssen uns jetzt mal rantesten. Szenerie sperren. Ist hier nicht nötig. Hier kommt eh keiner hin. Automalen. Okay, hier kann ich... Ah, Ausfall bin... Okay, nee, lassen wir Auto. Versteckte Barrieren hervorheben. Alles gerade unwichtig. Oh, hier haben wir sogar gerade was bekommen. Geländeverformung. Ah, okay. Radius erhöhen plus Radius verringern. Pinsel stärker erhöhen. Ja gut, das kann ich ja da machen. Verringern. Pinsel anwenden. Pinsel wechseln. Okay. Inwiefern Pinsel wechseln? Wartet mal kurz. Hm, irgendwie passiert dann nix, wenn ich die Tasten drücke. Naja, gut. Wir fangen jetzt hier an. Also, wir müssen überlegen. Hier muss ja auch noch ein bisschen Zaun hin. Fange ich erstmal hier an. Passiert da was? Oh Gott, ich sehe gar nichts. Vielleicht ist es doch zu schwach. Also, wir haben das Richtige hier auf jeden Fall. Passiert hier irgendwas? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, hier passiert nichts. Doch, doch, ne? Doch. Okay, da passiert schon was. Ist nur... ein bisschen wenig. Vor allem sieht man das hier kaum. Guck mal hier, jetzt sehen wir es besser. Ist vielleicht auch einfach gerade zu dunkel. Eh. Okay, ich muss das ein bisschen länger auf der Fläche gedrückt halten. Ich darf da nicht so hin und her, merke ich gerade. So, wir gehen hier ein bisschen rum. Das muss nicht komplett schön gleichförmig hier sein. Das ist ja ein See. Der kann also ruhig auch ein bisschen seltsam geformt sein. Ja, das funktioniert ganz gut, würde ich sagen. Hier weiß ich gar nicht, ob ich den Weg erst abreißen muss. Wahrscheinlich. Vielleicht wird das sonst nichts. So, ist gerade echt nicht so die beste Tageszeit, um hier den See zu machen. Merke ich. Man sieht ja kaum noch was. Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut hier an der Stelle. So, dann würde ich jetzt vielleicht wirklich mal hier den See abreißen. Weil ich nicht weiß, ob das sonst klappt. Ich habe Angst, dass sonst, ähm, ja, der Weg da einfach unten reingeht. Dafür muss ich aber Pause machen. Weil wir... Oh, warte mal, da läuft genau jetzt natürlich jemand lang. Ich mache mal eben Pause. Vielleicht manchmal kurz sogar ein bisschen schneller verlaufen lassen. Einfach damit wir eine schönere Tageszeit haben und auch was sehen. So, wir machen das mal eben. Ja, komm. Heller, heller. Hm, ein ziemlich grauer Tag heute. Na gut. Ja, hier ist noch nicht richtig Licht angekommen. Wir sehen es, da hinten ist das Licht. Na komm, jetzt haben wir es gleich. So, jetzt sehen wir auch was. Und Pause. Okay, ja, jetzt sehen wir auch, dass hier ein ganz schönes Loch entstanden ist. Oh je. Na gut. Sieht man dann eh nicht mehr, wenn da Wasser drin ist, wahrscheinlich. Machen wir einfach noch so. So, der Weg. Dann muss ich den mal eben... Ich weiß nicht, ob es nötig ist. Vielleicht würde der auch selbst eine Brücke machen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mal hier das ganze Stück weg. Das dürfte... Ja, das reicht. Wir machen hier durch das Wasser. So, wieder zu Gelände. Wieder absenken. Das sieht ja aus, als würde es schon eine Höhle werden. So, dann geht es hier weiter. Ja, man muss echt gut da drauf festhalten. Dann klappt das auch. Da gucken wir dann mal, wie wir das machen. Ich würde das schon gerne ans Gehege dran machen. Also hier so ran. Ich weiß noch nicht, ob ich ein bisschen Weg lasse, dass man einmal um den See da außen rum kann. Vielleicht. Ja, vielleicht lasse ich ein bisschen was für den Weg. Ein bisschen. Mal gucken, wie sieht das gerade aus. So richtig sehen wir es ja dann auch erst, wenn das Wasser eigentlich drin ist. Hier noch ein bisschen. Oh, das klappt aber ganz gut, finde ich. Also, das geht. Das geht. So, hätte ich mir schlimmer vorgestellt. Okay. Was ist da noch? Ja, der Zaun wird halt ein bisschen schräg werden, auf jeden Fall. Der wird nicht so gerade. Ich muss mal hier ein bisschen die Stärke vielleicht verändern, dass da nicht gleich so viel weg ist. So, ich hätte hier nämlich schon gern, dass das am Weg, wenn es ein bisschen gerade ist. Okay. Das sieht ganz gut aus. Dann verbinde ich jetzt erst mal wieder den Weg. Das hier machen wir noch fertig. Dann. Oder vielleicht noch ein bisschen hier rein. So, damit wir nur wissen, wo der Weg da nicht mehr hingeht. Okay, das reicht. So, und jetzt gucken wir hier, wie die Brücke aussieht. Also. Die Brücke. Wie funktioniert das überhaupt, ist jetzt die Frage. Das weiß ich auch nicht. Macht ihr jetzt selbst eine Brücke? Hier ist Warteschlange mit dabei der Weg. Also hier habe ich sowas nicht. Die Brücke soll natürlich am besten hier so ein schönes Holz bekommen. Oder Stein. Wir können eine Steinbrücke machen oder eine Holzbrücke. Aber ich glaube, ich will eine Holzbrücke haben. Wie rum ist denn das? Das hier wäre dann so rum, wie es haben wir, glaube ich. Ähm, Länge, Breite. Ist das hier eine Zehnerbreite gewesen? Weiß ich gar nicht. Oh, das ist auch schön. Wenn ich das hier gerade so sehe, gefällt mir das mit dem Holz hier. Weil da fress man ja auch fast besser. Wo man es eh nicht sieht. Naja, gut. Ja, stimmt. Mit dem ganzen Wasser will man es eh nicht sehen. Ich glaube, es war sieben, oder? Ich probiere mal die sieben. Ja, das sieht richtiger aus. Äh, weit kommen wir hier leider nicht mit der Länge. Schade. Okay, ich mache das mal von unten. Hier sehe ich das noch nicht, ne? Ne. So, ich hoffe, ich kriege da so ein schönes T auch hin. Ja, 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 so. Ne? Das ist doch ganz schön. So, das wäre die Brücke. Das ist ein bisschen komisch, ne? Hier ist vielleicht die Schräge ein bisschen zu krass. Da müsste, glaube ich, noch mal ein bisschen hoch. Kriegen wir das hin? Ordentlich hin. Ich mache das alles mal ein bisschen kleiner. Ich hätte das nämlich schon gerne so, dass das mit der Brücke irgendwie anschließt. Oh, jetzt muss ich hier aufpassen. Oh je. Ja, das ist wieder... Ne, ich hätte gerne das da unter der Brücke. Hm, ich kriege das unter der Brücke gar nicht. Da geht er, glaube ich, gar nicht hin, ne? Ne, das lässt er tatsächlich so. Äh, das gefällt mir dann nicht so. Dann muss ich das hier doch wieder zurücknehmen. So. Okay, das sieht schon eher wie gewollt aus. Hier gucke ich auch noch mal. Ja, hier geht es sogar. Da ist es nicht so komisch. Hier ist es halt ein bisschen komisch reingesetzt, tatsächlich. Ist ja aber, glaube ich, gar nicht so schlimm. Wenn es Wasser reinkommt, könnte es sein, dass da dann Wasser ist, einfach. Wenn ich das hier noch ein bisschen wegnehme, dann macht der da wahrscheinlich dann einfach Wasser hin, hoffe ich. So, müsste gehen. Wir sehen das ja dann. So, okay. Hier müssen wir vielleicht noch. So, hier würde es dann weitergehen. Ich will aber erst mal so weit sehen, wie es jetzt überhaupt aussehen würde. Und ich will hier auch noch ein kleines Bergchen dann reinmachen. Mache ich das gleich? Ne, ich mache erst das Wasser. Damit ich sehe. Also, aufgewähltes, ruhiges. Wir wollen ruhiges Wasser. Mal gucken, wie das jetzt geht. Das ist auch noch interessant. Wie? Geht noch mehr? Aha, okay. Hier bestimme ich den Wasserhochstand. Aha. Ach, cool. Okay. Gut, ist ein bisschen sehr hoch, wa? Kann ich das wieder ein bisschen zurück machen? Oder geht das sogar? Ne, ist sogar okay, eigentlich. Okay. Ja, hier ist jetzt halt nicht so schön, muss ich zugeben. Das hätte ich gerne ein bisschen anders gehabt. Aber an sich ist es jetzt auch nicht so schlimm. Wir können mal gucken, was wir da vielleicht noch, war hier noch irgendwas schöner machen können. Ich hätte hier echt die blöde Kante einfach raus. Vielleicht mache ich das einfach, damit ich mich hier noch ein bisschen wegnehme. Nehme ich da gerade irgendwas weg? Ich glaube, hier passiert gar nichts mehr. Ist das wegen dem Wasser? Geht das da nicht mehr? Ja. Na gut, lassen wir das erstmal so. Kann ich jetzt hier einen Berg reinsetzen? Das ist die nächste Frage. Das hätte ich gerne, nämlich. Passiert da was? Ich sehe es nicht. Ja, das ist jetzt blöd. Hätte ich vielleicht doch vorher machen sollen. Ich sehe jetzt hier einfach gar nichts. Vielleicht kann ich es anders machen. Was sind das hier? Mais ein? Ach, Maiseln. Oh Gott. Mais ein, ja. Ich müsste das schon ziehen. Ist nur die Frage, wie? Also wenn ich hier jetzt einfach drücke, passiert gar nichts scheinbar. Nö, da kommt nichts. Kann ich das Wasser nochmal rausnehmen? Wasser entfernen. So, wir machen nochmal. Jetzt haben wir immerhin gesehen, wie es aussieht. Ist ganz hübsch. Ach doch, hier ist was passiert auf jeden Fall. Nur nicht so richtig. Es muss halt deutlich höher. So, man muss es schon ein bisschen bewegen scheinbar. Sonst klappt das nicht so. So. Ich will da nämlich schon so eine kleine Insel haben. Nicht sehr groß. Wir müssen das hier noch ein bisschen anpassen. So, vielleicht. Ein bisschen nach hier, dass ich das ein bisschen an... ein bisschen länger noch. Das ist der Berg jetzt hier ein bisschen zu. Hier noch ein bisschen ran. Wir können da vielleicht mit Kantenglättung auch noch ein bisschen was machen. Müssen wir gleich mal schauen. So. So. Ich will das nicht so langweilig haben. Da soll schon ein bisschen was sein. Also ein bisschen so natürlicher. Kann ich nur noch ein Stückchen? Nein. Ja, das finde ich nämlich ganz hübsch so. Vielleicht kann ich jetzt hier auch nochmal ransetzen. Ja, das funktioniert irgendwie nicht so richtig. Oh, was ist denn da jetzt passiert? Oh, okay. Das wollte ich gar nicht. Hm. Ja, irgendwie klappt das nicht, wenn da schon Wasser drin ist. Na gut. Hm. Ja, fast. Ich würde schon gerne da fast noch ein bisschen reingehen. Ja, so ganz ist es noch nicht meins. So, nur noch ein kleines bisschen hier lang. Wir machen das gleich noch dünner. So, hätte ich es ganz gerne. Ich weiß noch nicht genau, ob die Spitze hier jetzt auch wirklich rausguckt. So, gucken wir mal. Ich soll jetzt so ein Rand testen einfach. Nimm ein bisschen mehr. Okay. Da können wir auch gleich noch gucken. Sieht so ein bisschen aus, als hätten wir hier so ein kleines Loch Ness-Monster drin. So ein klein wenig. Okay, kann man so machen. Lasse ich erst mal so. Also, als nächstes jetzt. Hier wäre eigentlich ganz schön, wenn wir jetzt eigentlich einen Weg ran machen würden, nicht wahr? Bevor uns da die Leute runterputzen. Also, man konnte doch hier... Moment. Das hier hatten wir, oder? Ich glaube, das ist er. Man konnte doch hier, glaube ich, einstellen, dass da Geländer ran soll. Weg mit Bordstein. Weg mit Geländer. So. Oh ja, das ist schön. Ist nur die Frage hier. Okay, das funktioniert auch. Sehr gut. Dann machen wir das so. Hier hätte ich es auch gern. Hier mache ich es jetzt auch einfach mal vollständigkeitshalber. Das finde ich echt schön. Da ist schon Geländer dran an der Brücke. Das ist gut. Ja. Kann man so machen. Auf jeden Fall. Hier würde ich jetzt erst mal noch keinen Geländer machen. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich eins haben möchte. Ich weiß auch nicht, wie ich es nur auf eine Seite mache. Ich hätte hier natürlich jetzt auch gerne einfach nur auf der einen Seite Geländer. Funktioniert sowas? Wenn ich jetzt... Hier haben wir ja ganz andere Steine im Moment. Na, der macht das auf beide auf jeden Fall. Ich meine, ich könnte das für den... Ja, hier gefällt es mir dann halt nicht, weil man nicht so nah rangehen kann. Bin ich mir nicht so sicher, ob ich jetzt überall so ein Geländer haben möchte. Hier können wir es auf jeden Fall noch machen. So. Aber ansonsten bin ich mir noch nicht so sicher. Wie ist das da? Da ist kein Geländer. Hm. Irgendwie ist es schon schick. Ja, komm. Ich mach das mal. Einfach damit die Leute halt nicht irgendwo hinlaufen. Das Geländer ist nicht das gleiche wie da. Das finde ich doof. Kann ich aber auch nicht aussuchen, ne? Wenn ich hier habe... Weg mit Geländer? Nee, irgendwie nicht. Komischerweise kann ich es nicht aussuchen. Was für Geländer? So. Auf jeden Fall haben wir hier vorne jetzt erstmal Geländer. Hier weiß ich noch nicht. Ja, komm. So. Machen wir jetzt einfach mal, damit das irgendwie erkennbar ist. Hab ich hier schon? Ja. Hier wissen wir noch nicht, wo es hingeht. Da mach ich mal noch nicht so viel. Könnte ich eigentlich den Weg auch fast nochmal abreißen, weil das wird ja nicht so ein Weg werden hier. Komm. Weil ich möchte hier eigentlich rumgehen, nämlich. Also brauchen wir den auch nicht so weit gerade ausführen, hier auf der Seite. Hier genau das gleiche. Muss auch nicht so weit sein. Das reicht, wenn der hier bis zu der Siedlung einmal geht. Dann vielleicht noch ganz kurz einmal. Hier fehlt auch noch das Geländer. Die hier brauchen kein Geländer. Das finde ich eigentlich ganz okay, wenn da kein Geländer ist. Achso. Oh, das könnte natürlich auch dann hier irgendwie mit dem See verbunden werden nachher. Das mach ich vielleicht. Erstmal hier der kleine Abschluss. Fertig. So. Hier kommt noch Zaun. Zaun haben wir aber gerade keinen schönen. Ich kann mal die Zeit weiterlaufen lassen. Wir arbeiten jetzt nicht mehr an dem Weg. Okay. So ist der Anfang. Hier geht's jetzt weiter natürlich. Es sieht immer noch irgendwie nicht so richtig natürlich aus. Naja, kommt vielleicht noch. Wenn das weiter fertig ist. Hier sieht's natürlich gerade auch doof aus. Vielleicht könnten wir hier noch irgendwie das schöner machen. Wie ist es denn mit diesem ganzen Moment? Erstmal kann ich hier noch was an der Seite machen. Nee, nicht so richtig. Mein Wasser drin ist scheinbar nicht. Ähm, auf Fundamenthöhe abflachen? Nee. Nee. Glätten. Das ist vielleicht auch was, was uns hier weiterhilft. Dann muss ich vielleicht das Wasser wieder rauchen. Ist ja ein bisschen anstrengend mit dem Wasser. Ja, das sieht ein bisschen schöner aus, ne? Dadurch wird das ein bisschen natürlicher. Dann ist das nicht mehr so... So kantig. Ja, das gefällt mir echt gut. So. Okay, da hinten braucht noch nicht. Da kommt ja noch. Okay, wie würde es jetzt aussehen? Muss ich mal gucken, wo hier der Bereich ist? Ja. Ich glaube, jetzt ist es hübscher, oder? Wenn ich mir das so angucke. Okay. Also, jetzt haben wir hier noch so eine lustige Sachen. Das könnten wir auch mal ausprobieren. Wir machen heute ein bisschen ausprobieren, was so an Terraforming einfach möglich ist. Größe. Wir können nämlich hier, das habe ich auch auf dem Kanal gesehen, auch so lustige Förmchen machen. Wenn wir das dann glätten, dann sieht das halt auch so aus wie verschiedene Berge und sowas. Das würde ich dann hier gerne um den See nämlich auch rummachen. Als Begrenzung des Geheges dann auch. Dass wir hier so Berge reinsetzen. Ich würde gerne das mal eben irgendwie ausprobieren, indem wir hier vielleicht mal so einen ganz kleinen Berg machen. Ganz, ganz klein. Oh. Kein erreichbaren Mitarbeiterraum mit genug Platz gefunden. Oh, da muss ich mal kurz gucken. Das scheint wichtig zu sein. Vor allem, weil das echt wieder viele Leute scheinbar betrifft. Ähm, hier. Okay. Sammle Melendez. Achso, so heißt der. Okay, ich wollte gerade sagen, was soll ich sammeln? Kein erreichbaren Mitarbeiterplatz. Ähm. Achso, war das jetzt wegen der Brücke? Oh, die Brücke ist... Ist die schief? Ne, das sieht man so... Doch, die ist ein bisschen krumm, ne? Okay, stört mich jetzt nur bedingt, aber... Interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die so ein bisschen bögig ist. Ach hier, die macht so einen kleinen Schlenker irgendwie. Äh, liegt das jetzt aber daran, dass der Weg kurz weg war? Wird das gleich wieder weggehen? Hm, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das wieder weggeht. Ne, scheinbar nicht. Okay, die finden ihren Weg nicht mehr. Warum? Der Weg ist noch da. Oh, was ist denn hier passiert? Habe ich da aus Versehen mit dem Werkzeug reingefuchtet? Hupser. Ey, das sollte ich vielleicht mal wieder ausrichten. Das ist so... Hups. Eins zu... Viel? Äh... Ui. Moment. Kann ich hier einfach auf Fundamenthöhe angleichen, oder? Geht das? Bin mir gar nicht so sicher, was ich da mache. Hier ist immer noch eine Kante drin, ich sehe es. Okay, wenn ich das jetzt einfach glätte, ist das auch okay. So. Okay, haben wir repariert. Okay, warum erreichen die ihren Platz schon da nicht? Hier steht, kein erreichbarer Mitarbeiterraum mit genug Platz. Ist der Raum nicht zu klein? Habe ich zu viele Mitarbeiter? Kann das sein? Das hier ist ja der Mitarbeiterraum. Die ist halt auch nur klein. Ich weiß halt nicht, wie viele hier rein dürfen. Oh wow, hier gibt es Kurse. Oh, das ist ja auch cool, ne? Okay. Wusste ich gar nicht. Also, die sind drin, die vier. Ja, wir haben mehr als vier. Hier, vier von vier, das reicht gar nicht. Oh, dann brauche ich noch einen Mitarbeiterraum. Zum Glück haben wir ein bisschen Kohle gemacht nebenbei. Dann schauen wir hier mal eben bei Mitarbeiterräumchen. Sind das, oh Gott, wo sind jetzt hier Mitarbeiterräume? Ich würde auch echt gerne so eine Kurse machen. Ich meine, die sind teuer, aber wir haben nur kleine bisher leider. Ich kann nur noch mal einen kleinen. Hä? Ne, ich habe doch schon einen großen. Wann habe ich hier jetzt keinen großen? Ach doch, ist so. Okay, der sah hier gerade kleiner aus irgendwie. Ähm, ja, jetzt passt das leider nicht zusammen. Ich könnte auch hier irgendwie noch so einen Mitarbeiterraum hinten machen, dass die schneller da hinkommen. Nehmen wir dann irgendwie so ein bisschen verstecken vielleicht. Also, wenn der hier so drin ist, vielleicht mache ich das. Dann können die hier direkt schneller hinkommen. Den verstecken wir dann später natürlich noch durch irgendwie hübsche Sachen, was wir gerade nicht können. Dann würde ich da so einen ganz kleinen Weg hin machen. Einen kleinen Mitarbeiterweg. Komm, wir machen das mal. Dann haben die das nicht so weit. So, da passen ja auch wieder nur vier rein. Wir müssen mal gucken, ob das dann ausreichend ist. So, ein kleiner Weg. Unser typischer Mitarbeiterweg ist das hier. Ähm, nicht so riesig, bitte. Ja, das reicht mir. Ähm, hallo? So. Ne, das ist zu groß. Da kann ich den nicht lang machen, oder? Ne, das ist zu eng. Okay, dann machen wir den hier so rum. Und richten den hier direkt aus. So. Da kommt ja dann auch kein anderer hin. Okay. Ach, der ist jetzt auch mit Geländer. Das wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Na gut, lassen wir den mal mit Geländer. So, jetzt müssen wir nur schauen, ob das reicht. Wir haben hier fünf sogar. Wir könnten aber auch wieder einen kündigen, weil ich ja hier verplant habe, dass da schon Verkäufer drin sind. Also, wir könnten tatsächlich einen der Verkäufer, die hier doppelt sind, kündigen. Sehe ich hier die Verkäufer, die hier arbeiten? Gerade ist es Pamela Hoffmann. Hä? Pamela Hoffmann arbeitet gleichzeitig bei beiden? Okay. Wie auch immer das möglich ist. Ich sehe nicht, wer da arbeitet, ne? Okay. Dann muss ich mal hier reingehen. So. Mitarbeiter. Und dann mal eben schauen. Wie ist denn das hier? Die sind untätig gerade. Also, die machen auch gar nichts tatsächlich. Obwohl der sogar ausgeruht wäre. Ich glaube, das sind dann die Doppelten. So viele brauche ich nicht. Also, ich habe, wir können ja mal zehn. Ich habe eins, zwei, drei, vier gerade mal. Und wir haben sechs Verkäufer. Das ist halt Quatsch. Denn hier ist kein Arbeits... Dann mache ich erstmal die weg, wo ich eh keinen Arbeitsbereich zugeteilt habe. Das sind ja die Doppelten dann. Ja, dann nehme ich mal den einfach, der als letztes da war. Weil das ja der ist, der dann am wenigsten hier war. So. Tut mir leid. Musste ich leider entlassen. Entschuldige. Und jetzt kann ich ja noch einen nehmen, ne? Wir haben vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja. Dann hätte sogar das eine Mitarbeiterhäuschen gereicht. Dann nehme ich mal eben die weg. Die ist eh untätig und auch kein Arbeitsbereich. So. Jetzt mache ich mal kurz weiter. Und wir gucken mal, ob die jetzt auch verschwinden. Oh. Meine Arbeit macht mich so glücklich. Aber das tut mir echt leid. Das ist ja fast schon traurig. Ich mache mal ein bisschen schneller, um zu gucken, ob die jetzt... Ah, guck mal. Hier oben die Nachricht ist jetzt weg. Das scheint jetzt zu funktionieren auf jeden Fall. Mit den Mitarbeiterräumen. Hm. Die sind auf Entlassen, aber immer noch komischerweise drin, ne? Moment. Ah, blöd, dass man das immer nur so in Schritten machen kann. Nicht direkt auf eins. Ich mache mal nochmal neu. Hier sind jetzt die Mitarbeiterräume. Effizient. Niedriger Bedarf. Ist okay. So, kann trotzdem laufen. Ah, okay. Die müssen wahrscheinlich erst aus dem Zoo rauslaufen, damit das funktioniert. Gut. Dann hätten wir jetzt die passende Anzahl Mitarbeiter. Und weiter geht's. So, ich wollte ja hier eigentlich was bauen. Wir haben noch fünf Minuten. Dann machen wir das mal schnell. Wie machen wir denn das? Mit den Dingern oder mit den Kreisen? Wir gucken mal. Wenn ich das jetzt mache, habe ich direkt so ein Ding. Okay. Dann können wir hier. Wir machen das durch Abflachen. Dann nehme ich alles noch schöner. Dann setzen wir das mal so rein. Jetzt blöd, wir haben halt nicht sehr viel Platz hier gerade. So, jetzt haben wir hier so ein kleines Bergchen. Hier noch ein bisschen. Und jetzt gucken wir mal, wie wir das schöner hinkriegen. Ich hoffe, ich kriege das schöner hin. Hier. Erstmal hier. Das ist zu viel gewesen. So. Und dann durch, ja, Kanten glätten wahrscheinlich. Aufrauen können wir auch probieren. So ein bisschen kleiner. Bisschen spitz hier. Mal gucken. Ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen Hügel halt drin. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und dann würde ich vielleicht da... Warte mal. Ich gucke mir das mal kurz an. Hier vielleicht noch ein bisschen lang. Hier kann ich ja so ein einzelnes Ding setzen. Hier dadurch glätten ein bisschen mehr arbeiten. Und dann würde ich da gerne noch Bäume rausstellen. Das hier wird eine kleine Verbindung zwischen den Dingern. Oh, das ist ein bisschen zu viel. Passiert da was? Ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, da passiert nicht so viel. Ein bisschen größer stellen. Kann ich mir so nicht ganz so riesig machen. Ja, das hat jetzt noch ein bisschen was von Brüste. Vielleicht. Falls jemand genauso versaut denkt wie ich. Hier würde ich gerne einen Baum reinstellen. Deswegen hätte ich hier gerne ein bisschen Platz. Oh Mann, nee, das müsste ein bisschen tiefer hier. Das mache ich auch mal ein bisschen tiefer. Okay, Bäumchen. Was haben wir denn da Schönes? Da kommen jetzt keine Weihnachtsbäume rauf. Auf jeden Fall. Ich mache mal hier gleich das Richtige. Warum ist hier die Antarktis immer nicht dabei? Alle anderen Kontinentdinger sind dabei. Die Antarktis fehlt hier irgendwie. Obwohl ich die am Anfang ja auch so ausgewählt habe. Sehr eigenartig. Ach, hier sind sogar auch richtige Felsen. Hätte ich auch gleich so machen können. Aber ich kann die damit reinlegen. Das ist auch ganz gut. Aber erstmal nehmen wir den Baum. Ist das wieder der Weihnachtsbaum? Nee. Ich glaube nicht. Doch, das ist der Weihnachtsbaum schon wieder. Okay. Warum nehme ich immer den Weihnachtsbaum? Ja, die sind leider auch schräg, wenn ich die hier raufsetzen will. Das ist nicht so geil. Da ist die Technikforschung gerade fertig. Muss man ja gleich da gucken. Die sind alle auch zu groß. Zu groß, zu schräg. Oh Gott. Die werden ja mal größer. Okay. Gibt es hier auch irgendwas ganz, ganz Kleines. Hier die Schwarzwichte. Das wäre... Die könnte ich hier schön an den Rand setzen. Und hier die Kleine irgendwie. Aber... Achso. Doch, doch. Das können wir machen. Wir können die nämlich noch so drehen, wie wir sie gern hätten. Das ist nur die Frage. Ich kann sie auch da hinstellen. Warte mal. Ich stelle mal kurz einmal hin. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Ja, kleiner gibt es die leider nicht. Hier sind noch normale Felsen. Dann haben die anderen Bäumchen gefallen mir da nicht so. Wir könnten hier noch so ein kaputtes Bäumchen hinstellen. Das ist aber auch nicht so... Hier, das können wir machen. Das sieht dann so aus, als wäre das abgeholzt worden, weil es gestört hat. Oder abgebrochen. Vielleicht hier so hin. Mach ich mal. Das sieht so aus, als wäre der irgendwann mal abgefallen. Das machen wir jetzt hier vorne. Irgendwas Kleines möchte ich da gerne noch haben. Was Kleines. Mensch, hier gibt es nichts Kleines. Ja, ein bisschen sowas auch noch auf jeden Fall. Grünzeug. Das könnten wir auch schön machen mit dem Felsen so. Dass das an dem Felsen... Warte mal, ich setze mal den Felsen. Ja, die Folge wird ja ein bisschen länger. Ist okay. Wo ist denn der ganz Kleine Felsen? Oder ein kleiner Felsen einfach. Ja, alles riesige Felsen. Äh, super. Gibt es auch kleine. Die ist alles zu groß. Ich hätte gern... Das hier zum Beispiel. Können wir das auch hier so ein hin machen vielleicht. Und das noch mit Blümchen schön umranden dann. Äh. So hier. Nein, jetzt dreht er sich schon wieder. So, und dann könnten wir den schön vom Blumen umrand machen. Die hier finde ich eigentlich ja ganz schön. So. Können wir sogar gleich hier die langen nehmen. Könnten die auch oben drauf... Ah, nee, oben drauf finde ich nicht so schön. Aber man kann sich in dem Spiel schon ewig verlieren, ne? Das ist wieder wie mit Planet Coaster. Also eigentlich will man ja Tierchen machen. Aber irgendwie... Ja, setzt man sich dann hier doch mit so Kleinigkeiten dann auseinander. Ja, das ist mir ein bisschen zu... too much. Machen wir es ein bisschen realistischer. Oh, das ist schön. Das hat sich schön angepasst tatsächlich gerade. Das ist auch ganz hübsch. Hier so ein paar Einzelne nochmal. Doch, ich glaube, das wird echt schön werden. Und wie ist denn das mit dem Baum? Steht der ordentlich. Ja, da können wir auch nochmal hier so reinsetzen die. Wenn man es nicht so ganz sieht. Machen wir hier auch nochmal mit den Kleinen drumrum. Müssen wir mal gucken, was da so passt. Kann es auch ein bisschen schneller machen. Ich glaube, wenn ich es einfach ein bisschen schneller machen würde, würde es ein bisschen natürlicher aussehen. Vielleicht auch. So. Können wir den noch hinsetzen? Hier nochmal so einen großen Busch. Wow. Da saßen wir jetzt eine ganze Folge an dem Wasserding hier. Und an der kleinen Insel hier. Aber es macht auch echt Spaß. Also gerade auch diese Detailarbeit finde ich schon echt schön. Ich mache das hier auch nochmal. Da mal nicht. Aber hier will ich gerne nochmal so eine Reihe haben. So. Das passt sich immer so ein klein bisschen an, habe ich das Gefühl. Was ich eigentlich ganz schön finde. Das ist mir zu groß. Hier nochmal so eine kleine. Dann habe ich hier so ein bisschen... Nee, 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 nee. Echt so. Bisschen rumgehen nochmal. Noch einmal so. Okay. Nee, da lassen wir mal. Hier nochmal so eine einzelne. Das finde ich jetzt eigentlich echt hübsch. Wir gucken mal, ob wir noch irgendwelche anderen Pflanzen dann machen. Aber jetzt erstmal würde ich es gerade so lassen. Vielleicht noch hier... Ah, nee. Wie soll die da oben wachsen? Das ist Quatsch. Okay. Ja, und sowas könnte man dann eigentlich hier noch richtig schön um das ganze Ding machen. Also auch mit dem Blumen, mit den Bäumen noch. Warte mal, das war jetzt eine Fichte. War das hier die... Nee, das ist wieder die... Ist das... Habe ich jetzt wieder die Geschmückte genommen? Nee, ne? Ich hoffe nicht. Ich glaube, es ist nicht die Geschmückte. Dann könnte man jetzt hier drumherum nämlich noch die schönen Bäumchen machen, die ja dazu passen. Hm, ist das zu eng? Ich bin mir gerade nicht so sicher. So. Ja, das hier ist mir ein bisschen eng auf einem Platz. Ich weiß, die Folge wird viel zu lang. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es euch gehört oder ob ihr euch eigentlich drüber freut, wenn die Folgen weniger sind. Wo ist meine Schwarzfichte? Nee, das ist die... Ah, die heißt sogar festliche Fichte. Seht ihr mal? Wo ist denn jetzt meine Fichte? So. Ich will hier nicht alles durcheinander bringen. Die Schwarzfichten. Den Baum müssten wir vielleicht dann aber rausnehmen. Der passt vielleicht nicht ganz dazu. So. Uah. Nicht auf die Fichte, bitte. Oder man mischt das noch so ein bisschen. Ich kann auch noch ein paar davon nehmen. Was bist du denn? Da hinten. Jetzt kriege ich den wieder nicht. Das ist die dahurische Lerche. Eine Lerche. Wir können das natürlich auch hier so ein bisschen durchmixen. Mh, ein bisschen sehr groß. So, indem wir das hier so als kleinen Übergang vielleicht machen. Könnte man hier statt der einen noch die nehmen. Wartet mal. So. Ich weiß nicht, warum ich mal wartet mal sage. Ich weiß gar nicht, worauf ihr warten soll. Aber das ist sogar gerade ganz schön so. Warte mal. Ich stelle die noch ein bisschen zurück. Ah, ich muss ja aufpassen mit der Kante. Da ist nämlich Ende. Da kann ich nichts machen. So. Okay. Erstmal ein schöner Anfang, finde ich. Hier, wie gesagt, hier, wie gesagt, kommt noch Blumengezeugs und so. Hier auch noch überall hin. Vielleicht mache ich das auch mal zwischendurch, damit ihr nicht irgendwie 40 Minuten zugucken müsst, wie ich hier Blumen setze. Aber ich fand gerade jetzt so, weil wir das erste Mal jetzt mit Terraforming auch gearbeitet haben. Schon wichtig, dass ihr dabei seid. Auch die kleine Insel hier, wie die jetzt dekoriert ist. Ich finde das eigentlich ganz hübsch. Wir können bestimmt noch viel, wir haben noch viel, viel mehr Möglichkeiten, um das alles zu gestalten. Das gucken wir uns alles noch an. Wie gesagt, hier auch der ganze See kommt noch. Das soll ja ein bisschen größer werden, auch gleich als Gehegeteil. Ich glaube, der Eisbär, der braucht ja ein ziemlich großes Gehege, auch mit Wasser. Das könnte man dann halt gleich mit dem Eisbärengehege zusammentackern. Okay, Leute. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß beim Terraforming und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn ich die Folge feiert, gerne ein Like da lassen. Bye, bye.